Im letzten Clip haben wir gesehen, wie wir eine Ergebnisliste randomisieren, also Ergebnisse in eine zufällige Reihenfolge bringen. Hier schauen wir uns an, wie Sie eine Ergebnisliste verkleinern. So wie das in CQP organisiert ist, ziehen Sie eine zufällige Stichprobe aus der Population der Ergebnisse. Das kann vor allem dann notwendig werden, wenn ein Phänomen sehr häufig ist und Sie nicht alle Ergebnisse analysieren können oder müssen. Zur Verkleinerung gibt es den Befehl Reduce, der als erstes Argument den Namen einer Abfrage benötigt und das zweite Argument sagt, wie groß die Stichprobe sein soll. An dieser Stelle gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder Sie geben einen Anteil in Prozent an oder Sie reduzieren auf eine bestimmte Zahl an Belegen. Nehmen wir mal an, dass Sie die Verwendung von Modalverben untersuchen wollen. Davon gibt es im BNC Baby etwa 66.000 Vorkommen. Die wollen und können Sie ja nicht alle im Detail analysieren. Also sagen wir, Sie wollen 1% davon, also etwa 600 Belege anschauen. Dann reduzieren wir mit Reduce Last to 1%. Damit ist die Abfrage Last 662 Belege groß. Reduce ist übrigens ein destruktiver Befehl, das heißt die ursprüngliche Abfrage wird überschrieben. Also stellen wir die Abfrage nochmal. Will man das Überschreiben verhindern, dann speichert man Last vor dem Verkleinern in eine andere Variable, etwa Modals, also Modals gleich Last, und reduziert dann die gespeicherte Variable mit Reduce Modals to 1%. Dann ist die ursprüngliche Abfrage als Last erhalten geblieben. Eine Stichprobe mit einer festen Anzahl an Treffern, zum Beispiel 100, das geht sehr ähnlich. Ich kann etwa zunächst eine Kopie von Last erstellen und diese Variable dann mit Reduce Modals 100 to 100 auf 100 zufällige Modalwerbverwendung reduzieren. Die jeweiligen Inhalte der Variablen kann man sich dann natürlich anzeigen lassen, nämlich CatModals 100. Randomisieren und Stichproben haben zum Ziel, dass Analysen auf einer repräsentativen Auswahl aufbauen. Interpretation und Schlussfolgerung sollen also auch auf jede andere Stichprobe des gleichen Phänomens zutreffen. Deshalb muss eine Stichprobe groß genug sein, damit sie stabile Generalisierung ermöglicht. Wir werden oft gefragt, was da für eine gute Menge an Belegen ist. Das kann man aber nicht sinnvoll für alle Fälle beantworten. Es hängt von zu vielen Faktoren ab, ob sie 30, 50, 200 oder 1000 Fälle analysieren sollten. Aber auch für Pilotstudien oder kleine Arbeiten mit einfachen Phänomenen sollte man sich immer mindestens ein paar Dutzend Fälle im Detail ansehen. Es kann auch sinnvoll sein, zwei oder mehrere solcher kleinen Stichproben zu analysieren und dann die Stichprobengröße zu erhöhen, falls sich die Muster der jeweiligen Stichproben zu sehr unterscheiden. Denn sind die Ergebnisse zu unterschiedlich, ist es ein Indikator dafür, dass die Generalisierung nicht auf einer repräsentativen Auswahl beruht und damit nicht aussagekräftig ist.